Sei es die Theorieprüfung für den Führerschein, eine Zertifizierungsprüfung, die Aufnahmeprüfung für ein Studium oder eine Vorlesungsprüfung für Medizinstudentinnen. Elektronische Prüfungen kommen in unzähligen kritischen Bereichen zum Einsatz. Häufig werden elektronische Prüfungen auch als E-Assessments bezeichnet. Der Buchstabe E steht für elektronisch und das englische Wort Assessment heißt so viel wie Einschätzung oder Bewertung. E-Assessments sind somit Prüfungen, die von den Teilnehmerinnen mithilfe einer Prüfungssoftware absolviert werden. Und für uns Lehrende ist das E-Assessment ein vielseitiges und effizientes Werkzeug, um Kenntnisse, Fähigkeiten oder Leistungen computergestützt festzustellen. Womöglich fragen Sie sich, wozu ein ganzer Kurs zum Thema E-Assessment? Tatsächlich ist dieses Thema so umfassend, dass ein Kurs beinahe nicht ausreicht. Für die Entwicklung guter E-Assessments braucht es einiges an Hintergrundwissen, das wir Ihnen in diesem Kurs vermitteln möchten. Dabei legen wir in der Vermittlung der Kursinhalte besonderen Schwerpunkt auf Ihre Praxis als Prüferinnen. Sie lernen unter anderem, wie Sie Prüfungsfragen so entwickeln, dass Sie feststellen können, ob Ihre Teilnehmerinnen Wissen nicht nur abrufen, sondern auch verstehen, anwenden, analysieren oder bewerten können. Sie lernen auch Qualitätskriterien und Leitlinien der Gestaltung für Prüfungsfragen kennen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Antwortalternativen bei Multiple-Choice-Fragen meistens falsch sind, wenn Sie Wörter wie immer oder nie enthalten? Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie E-Assessments strukturiert planen können und was Sie bei der Abwicklung Ihrer Prüfungen beachten sollten. Möglicherweise sind Sie bereits fest entschlossen, ein E-Assessment für Ihre Teilnehmerinnen anzubieten. Oder Sie sind noch unschlüssig und können nicht genau einschätzen, was auf Sie zukommt. Ich werde Ihnen im Folgenden die Vorteile und Nachteile von E-Assessments genauer erklären. Vielleicht stellen Sie fest, dass sich ein E-Assessment gut in Ihre Lehre integrieren lässt. Beginnen wir zunächst mit den positiven Seiten von elektronischen Prüfungen. Der wohl größte Vorteil von E-Assessments ist, dass Sie den Korrekturaufwand drastisch reduzieren oder gänzlich vermeiden. Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten Wochen als Lehrer erinnern. Ich habe von 40 Schülerinnen sehr lange Lückentexte zur Das-Das-Schreibung korrigiert und es ist eine langwierige und mechanische Arbeit. In dieser Korrekturzeit hätte ich weitaus produktiver sein können. Mir ist wertvolle Zeit verloren gegangen, die ich in die Erarbeitung neuer Unterrichtsplanungen hätte investieren können. Und was noch dazu kommt, hätten die Schülerinnen diesen Lückentext mit einer E-Assessment-Software ausgefüllt, hätten sie direkt nach der Abgabe eine detaillierte Korrektur bekommen. Und ist unmittelbares Feedback nicht besser als ein Feedback, das erst am nächsten Tag kommt? Der Einsatz von E-Assessments hat noch einen weiteren Vorteil. Ich kann das Wissen der Lernenden breiter prüfen. Das ist den geschlossenen Aufgabeformaten wie Single-Choice oder Multiple-Choice zu verdanken. Diese Aufgabenformate können von den Teilnehmerinnen sehr schnell gelöst werden. Was glauben Sie, wie lange haben meine Schülerinnen der ersten Klasse Mittelschule für 15 Single-Choice-Fragen gebraucht? Ich zeige Ihnen eine der Fragen, damit sie sich einen besseren Eindruck von der Prüfung verschaffen können. Es waren kleine, aber auch größere Fragen wie diese hier im Test dabei. Die meisten Schülerinnen waren bereits nach acht Minuten mit dem E-Assessment fertig. 15 Aufgaben in einem Test mit offenen Fragen wären in dieser Zeit nicht möglich gewesen und dazu noch mit einem hohen Korrekturaufwand verbunden. Außerdem sind Single-Choice-Fragen sogenannte objektive Testfragen, für die eine eindeutig richtige Lösung vorliegt. Alle Teilnehmerinnen werden genau gleich und somit fair korrigiert. Ihre Fragen werden mit der entsprechenden Prüfungssoftware in einer Datenbank angelegt. Sie haben daher alle Fragen an einem Ort in einer strukturierten Weise gespeichert. Und wenn Sie ein E-Assessment erstellen, in dem Prüfungsfragen zufällig aus einem Fragepool gewählt werden, können Teilnehmerinnen die Prüfung auch mehrmals wiederholen. Sie brauchen keine neue Prüfung zusammenstellen, da sich die Prüfung sozusagen selbst generiert. Viele Prüfungsprogramme werten die Ergebnisse auch statistisch aus. Sie können dann zum Beispiel sehen, welche Fragen besonders häufig falsch beantwortet wurden. Durch bestimmte statistische Kennwerte könnten Sie auch zur Einsicht gelangen, dass sich eine Frage nicht für Ihre Prüfung eignet, da sie zu schwer oder zu leicht ist. In anderen Worten, Sie können nach der Prüfung sofort Analysen durchführen, um die Qualität Ihres E-Assessments zu verbessern. Natürlich gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. E-Assessments bringen eine Reihe von Nachteilen mit sich. Wenn ich für meine Schülerinnen einen Single-Choice-Test erstelle, kann das schon einige Stunden an Arbeit in Anspruch nehmen. Immerhin muss ich viele Fragen erstellen und viele Qualitätskriterien berücksichtigen. Aber wenn ich meinen Fragepool erst einmal erstellt habe, kann ich ihn immer wieder verwenden. Selten kommt es vielleicht auch zu technischen Fehlern und es gibt Tage, an denen die Internetverbindung langsam ist. Was zudem auch häufig vergessen wird, ist die digitale Literalität der Teilnehmerinnen. Sie müssen ihren Teilnehmerinnen im Vorhinein erklären, wie das Prüfungsprogramm funktioniert und wie objektive Frageformate beantwortet werden. Ich habe Ihnen wiederum ein Beispiel aus meinen Prüfungen mitgebracht. Sehen Sie sich diese Multiple-Choice-Aufgabe an. In dieser Frage sollten die Schülerinnen die korrekten Gefahren von Cloud-Speicherdiensten aus den Optionen auswählen. Es sind unter den Optionen auch mehrere richtige Antwortmöglichkeiten, die gewählt werden sollten. Aber die meisten Schülerinnen haben nur eine ausgewählt. Sie wussten nicht, dass bei Fragen mit einem Kästchen mehrere Optionen ausgewählt werden können. Es handelt sich hier um eine Multiple-Choice-Frage und nicht um eine Single-Choice-Frage. Aus diesem Grund sollten Sie mit Ihren Teilnehmerinnen unbedingt vor der Prüfung den Umgang mit objektiven Frageformaten klären. Aber bei der Durchführung von E-Assessments kommt es nicht nur auf die Kompetenzen der Teilnehmerinnen an. Die Bedienung der Prüfungssoftware muss auch von den Prüferinnen erlernt werden. Und was am wichtigsten ist, die Prüferinnen müssen lernen, wie man E-Assessments erstellt und durchführt. Und in diesem Kurs werden wir Sie genau darauf vorbereiten, damit Sie für Ihre E-Assessments bestens gerüstet sind. In der nächsten Lektion zeigen wir Ihnen, was Sie bei der Erstellung von objektiven Fragen unbedingt beachten müssen. Dazu sehen wir uns zahlreiche Fragenbeispiele an, also unbedingt dranbleiben.